Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott eine gute Welt gemacht hat. Ich glaube, dass seine Schöpfung etwas Wunderbares ist und dass wir gut darin leben können. Und ich mag diese allerersten Verse der Bibel sehr, wo das beschrieben wird. Ich lese uns das einmal vor. Es heißt hier ganz, ganz zu Anfang schon. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Und Gott sprach, es soll Licht werden. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und dann geht es so weiter und Gott sah, dass es gut war. Es wiederholt sich immer. Gott schafft die Welt und es war sehr, sehr gut. Und ich empfinde etwas davon. Ich bin auch gerade in einer sehr schönen Lebensphase. Ich arbeite nur halb und habe zur Hälfte Elternzeit. Das spricht, ich habe Zeit mit meiner Familie, ich habe Zeit mit meinem Sohn. Und ich sehe, wie er jeden Tag was kann, was er gestern noch nicht konnte. Ich sehe die blanke Freude in seinen Augen, wenn wir dem Hund begegnen. Das reicht wirklich, um ihn in Ekstase zu versetzen. Du merkst, ich bin davon überzeugt, Gott ist ein guter Gott. Gott macht eine gute Schöpfung und wir leben davon. Und wir können das erleben und es ist einfach wunderbar. Es passiert dann aber natürlich auch, also stell dir vor, mein Sohn spielt ja das Moment für sich alleine. Und ich hole mein Handy raus, ich gucke da drauf und ich sehe, was in der Welt so passiert. Und das ist wie so ein, das ist irgendwie so ein, wie ein Aufwachen von einem wunderbaren Traum in eine ganz harte Realität. Und ich sehe das ganze Leid. Und dann verändern sich natürlich meine Gefühlswelt sofort. Also es entsteht Angst, es entsteht auch Kummer, Ärger, ein bisschen Scham, weil ich denke, andere Menschen haben es so schlecht und mir geht es so gut gerade. Es ist ein Gefühlmix, ein Gefühlsmix und ich habe mich gefragt, wie kann man damit gut leben? Und wie passt das vor allem damit zusammen, dass ich glaube, dass Gott gut ist? Und dass ich glaube, dass Gott auch eine gute Welt gemacht hat und ein gutes Leben? Wie kriege ich das zusammen mit der harten Realität, die es ja nun mal auch gibt? Warum lässt Gott das zu? Und auch die Frage, wo führt das eigentlich einmal hin? Wo wird sich das hin entwickeln, diese Welt, in der es irgendwie die gute Schöpfung Gottes gibt und aber auch das Leid und den Terror und den Krieg? Was mir persönlich hilft, und das habe ich heute vor mit uns, was mir persönlich hilft, ist einmal so ein bisschen raus zu zoomen und wirklich auf die ganz große Geschichte Gottes zu gucken. Also die Bibel sozusagen in Gänze. Und das möchte ich gerne heute mit uns machen. Es hat ja wirklich, ich habe ein Bild dabei, das hat meine Frau gemalt vor einigen Jahren, das ist eine Zeichnung ist das. Und im Grunde ist es, die Zeichnung umfasst die ganze Bibel, die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Keine Ahnung, sie braucht nicht länger als sonst, ich glaube 15 Minuten reichen uns dafür. Aber mir hilft das sehr, mir hilft es, das einzusortieren, mir hilft es, das zusammenzubekommen. Mir hilft es auch, auch die Perspektive klar zu haben. Ja, was Gott getan hat, was jetzt gerade ist und was kommen wird. Ich glaube, dass das alles möglich ist und dass dieses Bild hilft, es im Zusammenhang zu sehen. Kapitel 1, ja, von der Geschichte Gottes mit den Menschen, ist genau das, was wir gerade gesehen haben, gelesen haben. Gott schafft die Welt. Und die Bibel beschreibt das so in zwei Berichten. Er tut es mit seinem Wort und er tut es mit seinen Händen. Auf jeden Fall macht Gott eine wunderbare Welt. Und in dieser Welt ist alles in Harmonie. Die Menschen leben in Harmonie mit Gott, die Menschen leben in Harmonie miteinander. Die Menschen leben in Harmonie mit den Tieren. Und von dieser Schönheit, von dieser Schönheit, glaube ich, leben wir ein Stück weit. Mehr als ein Stück weit. Diese Schönheit ist das Schöne des Lebens, ja, in dieser Welt. Ja, die Schönheit der Pflanzen, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Tiere. Es hat alles die Handschrift des Schöpfers. Es hat etwas Wunderbares, etwas Geniales. Es ist etwas, das perfekt funktioniert, ja, und schön ist. Ich glaube, dass diese Ästhetik auch auf Gott hinweist, die es in der Natur gibt. Und das können wir heute sehen. Und der Mensch, der Mensch ist Teil davon. Der Mensch ist Teil der Schöpfung Gottes und ein besonderer Teil. Die Bibel beschreibt den Menschen nicht als ein Tier, sondern den Menschen als Krone der Schöpfung. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch ist das Freie gegenüber. Der Mensch ist derjenige, den Gott sich schafft, ihm zum Bilde, heißt es in der Bibel. Und das ist mir wichtig, ja. Gott schafft den Menschen als ein freies Gegenüber, ihm zum Bilde. Und er vertraut die ganze Schöpfung dem Menschen an. Du sollst den Garten bewahren und bebauen, heißt es. Du, Mensch, bist mein Stellvertreter auf Erden und ich vertraue dir die ganze Schöpfung an. So beschreibt es die Bibel auf den allerersten Seiten. Das ist das erste Kapitel der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dann geht es aber weiter, schon in Kapitel 3, dass der Mensch diese Harmonie mit Gott eigentlich gar nicht so will. Ja, Gott hat ihn freigeschaffen als ein Gegenüber. Und er hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, aus dieser Beziehung auszusteigen. Das wird so beschrieben im Garten, also im Paradies sozusagen, ja. Im Garten der Schöpfung, da gibt es diesen Exitbaum, ja. Den Baum der Erkenntnis. Wenn der Mensch davon ist, dann wird er getrennt von Gott. Und ich glaube, dass das auch notwendig ist, damit es eine freie Beziehung ist zwischen der Menschheit und Gott. Und Gott sagt, ihr könnt davon essen, aber dann werdet ihr des Todes sterben. Ja, dann wird es einen Graben geben zwischen dem Leben und euch. Einen Graben zwischen dem Schöpfer und euch. Einen Graben zwischen der ganzen Schöpfung, inklusive euch und mir. Und du kennst es, oder wenn nicht, dann ahnst du es. Der Mensch wählt diesen Weg. Ja, es gibt dann so ein Gespräch mit der Schlange. Und die Schlange sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet sehen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Kern des Problems. Ihr werdet sein wie Gott. Und genau das will der Mensch. Er will selber Gott sein. Und deswegen nehmen die beiden den Apfel und trennen sich von Gott. Und die ganze Welt wird von Gott abgetrennt. Ja, theologisch, dogmatisch gesprochen, die Sünde kommt in die Welt. Das Leid, der Tod, die Sünde, alles. Der Graben. Die Schöpfung fällt. Sie bekommt etwas Gebrochenes. Und damit geht sozusagen die Geschichte Gottes in das nächste Kapitel. In Kapitel 2. Das ist das alte Testament im Wesentlichen. Hier ist das Leben schon nicht mehr so, wie Gott es gewollt hat. Schon im vierten Kapitel, also das vierte Kapitel der Bibel, das zweite Kapitel in der großen Geschichte. Es ist so, der eine Bruder erschlägt den anderen. Kein erschlägt Abel. Die Gewalt ist da. Und das Verrückte, oder das Traurige, muss man sagen, das hat sogar mit seinem Glauben zu tun. Ja, das heißt, auch in die Religion ist das Gebrochene hineingekommen. Das von Gott getrennt sein. Das Anderssein, als Gott es eigentlich gedacht hat. Das ist jetzt überall. Und deswegen ist das Leid da. Deswegen ist der Tod da. Ja, der eine Bruder erschlägt den anderen. Und im Alten Testament, wir sehen von den ganzen Kriegen, wie die Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte ja bis heute geprägt ist. Ich habe das Gefühl, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Gewalt und des Krieges. Und das ist so seit Kapitel 2, seit es diese Trennung zwischen Gott und Mensch gibt. Aber für mich ist das, weshalb ich das heute auch erzählt, was für mich ganz wichtig ist, der Krieg und die Gewalt, die Menschen sich antun, das ist nicht Teil der Schöpfung Gottes. Das ist nicht das, was Gott gewollt hat. Das ist auch nicht das, was Gott gemacht hat. Der Krieg ist nicht Teil der Schöpfung. Der Krieg ist Teil der Sünde des Menschen. Der Krieg ist Ausdruck davon, dass Menschen sein wollen wie Gott. Das ist Krieg. Das ist genau dieses andere Leben. Diese gefallene, gebrochene Schöpfung, die sich von Gott abwendet. Das ist das Kapitel 2 in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber Gott gibt auch hier den Menschen nicht auf. Abraham wird von Gott berufen. Das Volk Israel wird von Gott berufen. Die ganzen Propheten werden von Gott berufen. Gott geht dem Menschen immer wieder nach. Er greift sozusagen ein in das Geschehen. Und er ruft und er sagt, kehrt um zu mir. Und er gibt ihnen Regeln für das Leben miteinander und für das Leben mit ihm. Immer mit dem Ziel, dass die Harmonie sozusagen zumindest zum Teil wiederhergestellt wird. Das Ziel Gottes ist immer das gute Leben. Das gute Leben für die Menschen und das Leben in Harmonie. Miteinander und mit ihm. Und darum kämpft er. Im ganzen Alten Testament geht er den Menschen nach. Und er geht dann ja immer weiter. Und Kapitel 3 ist sozusagen eine Riesenveränderung. In Kapitel 3 kommt Gott selbst auf die Welt. Kapitel 3 der großen Geschichte Gottes mit der Menschheit beginnt mit Weihnachten. Gott wird ein Kind. Gott geht sozusagen über diesen Riesengraben, den der Mensch gewollt hat. Über diesen Graben geht Gott rüber. Und er kann das auf einem einzigen Weg, indem er selber Mensch wird. Indem er sich selber auch der gefallenen Schöpfung aussetzt. Indem er sich selber der Gewalt aussetzt. Und er erleidet sie ja. Christus erleidet das alles. Ja, was wir in dieser Welt zu erleiden haben, das nimmt Gott alles auch auf sich. In Jesus. Und er tut das ja mit dem Ziel natürlich, Beziehung wiederherzustellen. Harmonie wiederherzustellen und gutes Leben wiederherzustellen. Jesus hat mal gesagt, ganz am Anfang, wo er aktiv ist, da sagt er, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe, ändert euer Leben und glaubt an diese gute Nachricht. Was Jesus meint ist, in dem Moment, wo ich hier bin, also Jesus auf der Welt, in dem Moment wird Gottes Schöpfung wiederhergestellt. Da, wo Jesus ist, da wird das Leben wieder so, wie Gott es sich gedacht hat. Und das sehen wir im Neuen Testament ja überall. Jesus heilt Menschen und Jesus stellt Beziehung her. Jesus stellt Beziehung her zwischen, auf dieser Ebene, Harmonie unter Leuten, in der Liebe und Harmonie mit Gott. Das ist es, was er tut und Heilung auch. Merkst du, es ist so ein ganzheitliches, die Schöpfung wieder so machen, wie sie war. Es ist eine Wiederherstellung der guten Schöpfung Gottes. Man könnte sagen, da, wo Jesus unterwegs ist, da ist es wieder sehr gut. Da hat Gott alles wieder in Ordnung gebracht. Das ist das Neue Testament, das ist das, was Christus tut. Und die Zeit, in der wir leben, ist sozusagen Kapitel 4. Wir leben in der Nach-Jesus-Zeit. Kapitel 4 ist davon geprägt, dass Gott gute Dinge tut. Ja, der Heilige Geist, der Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube. Der Heilige Geist ist da und er wirkt an Menschen. Der Heilige Geist bringt heute Dinge in Ordnung. Er sorgt dafür, dass Leute zurückfinden in die Liebe. Er sorgt dafür, dass Leute wirklich glauben können. Er sorgt dafür, dass Menschen Gott wieder als Gott sehen können und sich selbst als Geschöpf und nicht selber Gott sein wollen. Das ist eine Erlösung. Es ist eine Freiheit, die der Heilige Geist schenkt. Und es entsteht da viel Gutes. Und trotzdem leben wir ja immer noch in dieser gebrochenen Welt. Ich empfinde das so, was wir jetzt haben, ist eine wirklich umkämpfte Zeit. Wir leben in einer umkämpften Zeit. Es gibt die gute Schöpfung Gottes. Ja, ich finde mal, also das ist natürlich meine persönliche Situation, aber ich sehe das, wie unser Sohn aufwächst. Das ist einfach nur wunderbar. Gott hat es gemacht, bin ich mir sicher. Das ist da. Ja, es ist das erneuerte Leben durch Christus da. Ja, Gott tut gute Dinge. Es ist aber auch noch die gefallene Welt da. Es ist auch noch das Gebrochene da. Und das alles ist in einem Kampf miteinander. Das ist das, was wir erleben. Das ist das. Für mich, merkst du, für mich ist das ganz wichtig, weil mir das das erklärt. Das ist für mich die Erklärung, warum es das alles gibt. Und warum es sowohl diesen fetten Segen gibt, als auch dieser Erlösung, als auch das Leid. Und die Antwort für mich ist, und ich bin der Meinung, dass das die Antwort der Bibel ist. Wir leben in einer umkämpften Zeit. Das ist unsere Zeit. Das ist die Nach-Jesus-Zeit. Und das ist etwas, dieser Kampf geht sehr tief. Also ich möchte das nicht im Sinne von, das ist jetzt die abgefallene Welt und ich bin was anderes so. Sondern das ist ein Kampf auch in uns. In uns. Ich bin doch auch einerseits von Christus erlöst. Und ich glaube, dass der Heilige Geist an mir Dinge getan hat und tut und so. Ich bin aber auch gefallene Welt. Ich bin aber auch, ich kann so gastig sein, so lieblos. Das möchte ich euch auch vorlesen. Und das ist etwas, das war von Anfang an so, das hat der Apostel Paulus schon in Ephesern geschrieben. Also dass es so sein wird, dass es diesen Kampf geben wird und dass das auch in ihm drin ist, dass es auch was Persönliches ist. Er hat ihm geschrieben, Epheser 4. Was Paulus hier sagt, ist doch, im Grunde er übersetzt das alles auf uns persönlich. Er sagt, wir sind alte Welt und wir sind neue Welt. Alter Mensch und neuer Mensch. In uns tobt dieser Kampf. Und Paulus fordert die Epheser jetzt auf, zieh den neuen Menschen an. Entscheide dich für das Gute. Lass den Heiligen Geist in dich wirken. Öffne dich dafür. Wie auch immer. Mir hilft es total, ich glaube auch mir hilft, diesen neuen Menschen anzuziehen. Das ist ja wie so ein Bild. Mir hilft dabei, auf dieses Bild zu schauen, auf diese große Geschichte Gottes mit den Menschen. Weil das für mich das sortiert, was da ist. Und das hilft mir, Gott zu danken, zu bitten und auch zu hoffen auf das, was kommt. Denn wir leben in einer guten Schöpfung. Gott hat eine wunderbare Schöpfung gemacht. Es lohnt sich, die zu bewahren und es lohnt sich, sich an ihr zu freuen. Wir erleben aber auch, dass die Schöpfung getrennt ist. Wir erleben die Gefallenheit der Welt. Wir erleben Erneuerung und Kampf. Beides. Und wir werden noch etwas erleben. Das sind die ersten vier Kapitel. Wir werden noch ein fünftes Kapitel erleben. Die Bibel beschreibt das in Bildern. Aber sie beschreibt es eindeutig. Und zwar sagt sie, es wird eine Zeit geben nach der Zeit, die wir jetzt gerade haben. Ein fünftes Kapitel. Es wird eine Zeit geben, in der Jesus ein zweites Mal wiederkommt. In der es auch ein Gericht gibt. Und da spricht, wo wirklich festgelegt wird, was ist Recht, was ist Unrecht. Was ist richtig, was ist falsch. Es wird dieses Gericht geben und dann wird Gottes Reich sich durchsetzen. Dann wird sozusagen das, was mit Jesus angefangen hat, diese wiederhergestellte Schöpfung Gottes, diese neue, wiederhergestellte, völlige Harmonie, die wird sich ausbreiten und die wird überall sein. Und das ist das, was kommt. Das ist das, worauf wir hoffen. Das ist das, worum wir Gott auch bitten dürfen, dass das passiert. Ja, ein kleines bisschen davon schon jetzt und irgendwann alles. Ich möchte euch das vorlesen, wie das aussehen wird. Dieses fünfte Kapitel, das liegt ja in der Zukunft und kein Mensch weiß es wirklich. Ja, sozusagen, es ist ja noch nicht da. Aber Gott hat einige Menschen schon was sehen lassen, wie es ungefähr wird. Unter anderem Johannes, der die Offenbarung hier geschrieben hat. Und Johannes sitzt auf einer Insel und Gott lässt ihn sehen, wie Kapitel 5 sein wird. Und er schreibt das hier. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Die Harmonie ist wieder da. Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klage, Geschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, das ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mach alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt und ich gebe es ihm umsonst. Ihr Lieben, das ist das, was passieren wird. Wo führt das alles einmal hin? Am Ende der Zeit führt es dorthin. Am Ende der Zeit wird Gott für Ordnung sorgen. Am Ende der Zeit wird Gott alles wieder gut machen. Am Ende der Zeit wird Gott seine Schöpfung vollständig erneuern und wiederherstellen. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Amen. since einer dann sind unsereksiä. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Musik Man Calendar